I left my heart. Tony Bennett hatte sein Herz schon früh an die Musik verloren. Geboren 1926 in New York als Sohn italienischer Einwanderer, singt er bereits als Kind bei jeder Gelegenheit. Sein Durchbruch dann 1949. Sie fragten mich, wie heißt du, Anthony Dominic Benedetto? Und sie sagten, das ist zu lang. Hier in Amerika nennen wir dich Tony Bennett. Die Geburtsstunde einer Musikkarriere, die sieben Jahrzehnte dauern sollte. Mehr als 70 veröffentlichte Tonträger, mehrere Nummer 1-Hits, 19 Grammys, ein Stern auf dem Walk of Fame. Dazwischen Tiefschläge mit Schulden, Depressionen, Drogensucht und gescheiterten Beziehungen. Doch Bennett erfand sich immer wieder neu für jüngere Generationen. Tony Bennett! Mit 88 nahm er Duette mit Amy Winehouse und Lady Gaga auf, eroberte als ältester Sänger der Geschichte Platz 1 der US-Album-Charts. Seine 2. große Leidenschaft galt der Malerei. Wenn ich keine Lust mehr habe zu singen, dann male ich. Und umgekehrt. Seit 2016 litt Bennett an Alzheimer. Doch er hörte nie auf, zu musizieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ėj幾 Malmys,